Nein. Shit, shit, lauf. Oh. Irgendwie wieder. Ich bin kaputt. Lauf. Ah. Okay, so werde ich wahrscheinlich sterben. Wie scheiße war für ein Zombie. Ich einfach nicht rennen kann. So ein Verfall ist halt eine ganze Munition. Ah doch, ich kann rennen. Ist ja gut. Stimmt. Okay, ich renne jetzt Richtung Norden. Du musst eigentlich nur in der Stadt nördlich fahren, ne? Wir sind am Airfield gerade. Also nördlich von meiner Position. Nordöstlich lassen. Hast du ne Karte schon? Ne, ne? Ne. Was triffst du eigentlich? Ich treffe den die ganze Zeit, aber der stirbt halt nicht. Scheiße, wenn ich blute, ich kann nicht. Ich kann nicht wirklich von denen fliegen. Okay, hier ist das Krankenhaus. Gut, du musst die Schalbe kaputt machen und dann... Ja, ich kann nicht. Ja, super. Mit 20 Zombies sind du mir hier. Arsch. Alter, der hat überlebt. Ultra viele Zombie. Ich hab auch nochmal... Ach, du Scheiße. Ah, scheiß auf den. Ich renne jetzt einfach hier über diese Scheiße hier. Ich bin schön los. Ja, aber die laufen genauso schnell wie ich, auch wenn die so hängeln. Zombies? Ja. Das heißt, die hängen mit mir mit. Keine Ahnung. Ja, die sind ja auch an dich gebunden quasi. Wenn du dich auslaust, sind die auch weg, die an dich gebunden sind. So, dann sag mal, wenn du deine exakte Position... Äh, exakte Position... Meine exakte Position ist gerade, aktuell, wenn du auf Planquadraten guckst, die 66 senkrecht und die 163 waagerecht. Da bist du gerade. Mhm. Und wo willst du hin? Äh, in Richtung Bilgrad. Also erstmal Bilgrad rein und dann setze ich mir da mal einen Punkt hin. Alles klar. Also auf der Straße lang. Ja, geht. Ich will eigentlich direkt zur Feuerwache. Was halt. Ich muss jetzt mal checken, wo hier die Feuerwache ist. Bist du bei mir? Entschuldigung, ich meine, ich werde hier irgendjemand langlaufen. Ich lauf die Straße über die Straße, genau über die Straße. Ne, lauf nicht über die Straße. Bist du im Wald drin? Boah, Alter. Na, da sind Zombies hinter dir. Hast du das geschafft, Gregor? Ne. Ne, das ist der Zombie. Bist du gestorben? Wenn ich hier rennen, mache ich einen Freischritt und hänge drei Sekunden. Philipp. Ja, was denn? Wo bist du denn jetzt? An der Straße. Guck mal, siehst du das große blaue Schild? Oder bist du da schon gerade vorbei? Da bin ich schon dran vorbei, ich bin dahinter quasi. Ja, chill mal grad da. Ne, ich hab dich glaub ich gerade gesehen. Ja, ich seh dich. 44 Meter. Ne, ich bei dir. Ja, Gregor, irgendwas... Ähm... Was ist denn los mit deiner Internetverbindung? Ne, ich hab hier volle Balken. Ja. Und du hast durchgehend die rote Kette oder was? Ne, nicht durchgehend, nur auf und zu mal. Und sonst die gelbe oder wie? Und sonst gar nichts. Ich werde jetzt aber sterben. Ja, dann musst du es normalerweise... Hm? Ich werde jetzt einfach sterben, weil die einfach... Geh wieder durch dem Gebäude durch. Ja, hier sind keine Gebäude, wo ich durchgehen kann. Du warst aber immer in der Feuerwache oder nicht? Lauf dann zurück. Ja. Ja, oder renn in den Wald. Da hängst du dir auch gut ab, weil... Einfach Slalom durch die Bäume laufen und dann... Komm auf die Bäume. Also natürlich nicht wieder zurücklaufen, sondern geradeaus, aber immer hin und her und dann bleiben wir in den Bäumen hängen. Ich bin wieder geschlagen worden. Ich blute hier wie Sau. Der darf nicht zurück... Läuft niemals zurück. Immer weglaufen. Weglaufen, 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 weglaufen. Große Kreise laufen, auch keine kleinen Kreise laufen. Immer ganz große Kreise laufen. Wenn du tot bist, ist auch nicht schlimm, weil wir laufen ja dahin, wo du stirbst und dann spawnst du einfach auch da und kündest deine Leiche einfach nochmal. So jetzt nur versuchsmäßig zum Testen, dass das Spiel abläuft. Und da sind wir ja schon. Wo seid ihr schon? In Billgrad. Paramedics und ist wieder online. Ja? Dieser Typ von eben ist wieder online. Okay. Von den Gebäuden laufen die langsamer, ne? Ja. Außer in Polizeistationen. Gut, gut, gut. So, wo bist du, Philipp? Ich bin auf dem großen Feld vor der Stadt. Ich guck grad, wo die Polizeistation ist. Ich muss da mal einen Marker hinsetzen. Oder die Feuerwache, mein ich. Die Feuerwache ist ganz außen, ne? Da oben. Ja, quasi rechts. Ja. Ich bin da schon straight auf dem Weg. Ich bin dann 300 Meter nah. Wir sollten uns vielleicht auch mal ein theoretisches Lager irgendwo aufbauen. So ein provisorisches. Weil ich ja die zwei Campingzelte noch habe. Mhm. Und am besten nicht irgendwo am Fluss, sondern... Oh. Rehore, du fliegst jetzt raus. Ich hab'n Discs von der Karte, glaube ich. Ich hab'n weißen Punkt auf der Karte. Ich weiß nicht, ob das ein Zombie ist. Ich weiß gar nicht, was du mit weißem Punkt meinst. Ja, am Rand. Links oder rechts am Rand sind immer so halbe... Halbkreise, so weiß. Achso, die hab' ich ständig. Ja, das sind Gegner. Achso, krass. Gegner, Zombies, Fahrzeuge. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt direkt gegenüber von der Feuerwache. Ich bin noch ein Langer da. Ich muss noch 80 Meter laufen. Nicht verfolgt ein Zombie. Ja. 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 Ach ja. Hast du da nen Disconnect oder was? Wie liegt ne M9 SD? Ja, ich wollte die rote Kette durchgehen gehabt. Hat er gesagt, du wie seit 20 Sekunden keine Nachricht. Ja. Jetzt bin ich rausgeflogen. Und ich glaube, ich versuch's das mal ganz kurz ohne Skypen und guck, ob das besser ist. Und wenn's dann daran nicht liegt, dann ist es sowieso egal. M9 SD, ne? Ja, ja. Ach scheiße, ich hab ne M19. Bringt ein M9 Magazin, aber... Dann nehm ich mir die M... Hm? Nimm die dir doch ruhig. Ja, aber ich hab 5 normale Magazine für die M19. Ja gut, musst du wissen. Okay, ich versuch's jetzt mal ohne Skype und meld mich dann gleich zurück, ne? Jo. Ja, bis gleich. Ne, ich behalte meine M19 einfach. Und für die krieg ich auch mehr Munition die ganze Zeit. So, jetzt gehen wir zur... ...Polizeistation. Hier direkt gehen muss das Krankenhaus, ne? Wir können auch zuerst zum Krankenhaus gehen. Wofür? Na, stimmt. Ich hab an, ich hab wohl ein paar... Ja, hier ist ein Fahrzeug. Verbandspäckchen. Da hinten ist ein Iwan, da musst du auch was nehmen. Ja. Hat das ne Gier? Ja. Ja, hat's. Oder? Hat's nicht? Ne, hat's nicht. Hätt sich mal rein, check da mal das Gier ab. Ah, wenn ich mich hier bewegen könnte. Hat kein Gier. Mach das doch nicht an, Mann, du. Ich guck grad, wo wir lang müssen. Wir können auch hier lang. Vielleicht wollten wir nicht genau... Oh, ne, wir müssen eigentlich hier geradeaus und dann links, glaub ich. Aber ne, da geht's ja eh dank. Ne, ne, ich kann auch hier lang. Wegen Ivan. Ich hätte jetzt nicht umgehen können. Ich hoffe, dass es jetzt nicht in den Tor, in diese Mauer drin ist. Ich dachte mal gar nicht mal abchecken. Ne, ich mein, das wär außerhalb der Mauer. Hm. Wie viele Player sind noch auf dem Server? Schon noch ein paar. Ja. Ich weiß, diese eine war auf jeden Fall in, äh, Krass-Netz-Norf-Bläh-Bläh-Bläh-Bläh-Irgendwas. Na, ich dachte bloß, man kommt da jetzt wirklich noch... Müsste auch irgendwo noch einen Eingang geben. Komm ich ja nicht erst mal. Ach, da gibt's einen Eingang. Bist du noch am Start? Ja. Hm. Schon genau hinter dir. Oh, dieser Berg ist so riesig. Ja, das ist ein Vulkan. Richtig krass. Da entsteht ein Panzer, aber den kann man nicht benutzen. Ja. Schon mal ausprobiert. Nur zu Vorführungszwecken. Ja. Oh, scheiße. Nur zur Kosmetik. Ja. 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 Das ist ein AKM-Magazin. Ja. Dafür, dass ich eh mal eins verschossen hab. Ist das schon cool. Ah, jetzt ist doch ein Starnak. Hast du ein Starnak gefunden? Ne, ich bräuchte mal langsam eins hier. Ich hab schon fast keiner mehr. Hier liegt noch ein AKM. Oder was ist das? Magazin oder? Einmal ein AKM-Magazin 30er. Und ein APS-SD-Magazin. Andere Seite. Ach krass, in der AKM kann ich die nicht benutzen, die AKM. Nein? Nein. Ja, scheiße. Das ist schlimm, ich hab eh genug, ich hab fünf Magazine. Ja. Ist doch kacke, dass ich hier keinen Starnak finde. Voll die verarsche auf jeden Fall. Ich will gerne mal ein Auto fit machen. Mhm. Um mal auf die Insel fahren. Ja. Zombie. Ich hab mich schon gesehen. Er hat dich gesehen? Ich glaub schon. Ne, ne, er kriecht noch. Alles safe. Jetzt hat er mich gesehen. Obwohl er schon um die Ecke war. Du hast wieder so'n Hubschrauber. Ja, ich hab schon gesehen. Ich hoffe, er hat auch ne Safe Zone. Die sehen auch so scheiße aus. Alter. Wo ist denn hier das Gear? Da. Nix drin. Ne. Und leer und kaputt. Ist der immer noch hinter uns her, der? Der Hopper? Ja. Der ist jetzt bei der Buchschrauberbrücke. Langsam wird's dunkel auf uns selber. Mhm. True Story Bro. Ist das hier der Supermarkt? Naja, kann sein. Aber was brauchen wir denn schon noch? Ja. Ist immer ordentlich nix. Wir könnten halt einfach so Glückstreffer landen, aber... Boah, natürlich vom Supermarkt sind mega viele Zombies. Echt? Ja. Sind die grad gespawnt? Ich glaub schon, da ist sogar ein Doktor Ivan. Sechs Zombies sind. Einer läuft grad auf dich zu, glaub ich. Ja, scheiße. Die haben nicht gesehen. Lass mal, dreh dich um. Handel. Hier, wir gehen. Ich geh hier dann. Ich versuche die wieder abzuhängen. Die haben dich gesehen. Nee, laufen immer noch die hinterher.